Ja, jetzt wird ein paar Friedensbotschaften dran beim Spaziergang mit den Hunden in meiner Friedensrunde. Jetzt ist aber der Wind so gegangen, dass man nichts hört. Ich will einfach nur sagen, ich bin der Maniolo und da bin ich daheim im Hackenbuch bei Sankt Marienkirchen und dort wo ich daheim bin, da ist Frieden. Und vielleicht finden Sie ja noch ein paar Leute, die auch so 30 Sekunden Botschaft abzusetzen und sagen, bei mir daheim ist auch Frieden. Und da ist auch Frieden. Hey, ich wohne in Hinterdupfing, bei mir ist auch Frieden. Hey, ich wohne an der Waterkant bei Hamburg drum, bei mir ist Frieden. Hey, ich wohne in Kärnten, bei mir ist Frieden. Ich wohne in der Steiermark, hey, bei mir ist Frieden. Hey, ich wohne in Italien, Bella Italia, bei mir ist Frieden. Damit man einfach diese Leute zusammenbringen, die anderen Leuten einfach nur kundtun, hey, bei mir ist Frieden. Ja, also so anstelle von Kurznachrichten. In diesem Sinne, einen friedvollen Sonntag und Namaste. Der Weltfrieden ist schön.